Santa findet Nemo oder so ähnlich. Im größten Aquarium Südostasiens in der SeaLife Bangkok Ocean World taucht einer als Weihnachtsmann verkleideter Mitarbeiter ab, um mitgebrachte Geschenke zu verteilen. Fischfutter für riesige Stachelrocken und nicht ganz so riesige, aber nicht minder imposante Ammen und Tigerhaie. Will Santa hier aber alle Meerestiere füttern, es sind hunderte Arten, wird er Hilfe brauchen. Nichtwasser und haischeue Grisskinneln sind herzlich eingeladen. Der Unterwasserzoo bietet dieses Taucherlebnis auch Besucherinnen und Besuchern an. Untertitelung des ZDF, 2020